Mobile Geeks' Coverage of MWC 2015 is powered by ASUS. Es dürfte relativ niedrig ausfallen, ich glaube es geht schon bei 130 Euro los, vielleicht auch ein bisschen mehr, denn es ist ja die LTE-Version, es gibt natürlich noch das normale E4 sozusagen. Hier sieht man schon so ein bisschen die neue Designsprache, die erinnert mich persönlich entfernt an ein günstigeres Lumia-Gerät, das müsste das zum Beispiel 530 sein oder auch das 520, wir sehen den hier so ein bisschen ähnlich, zumindest von hinten betrachtet, würde ich jetzt mal sagen. Die Ausstattung ist recht ordentlich für den Preis, denn wir haben hier einen Mediatek MT6732 an Bord, das ist einer der neuen 64-Bit-SOCs des taiwanischen Herstellers, der vier Kerne mit 1,5 GHz bietet, das sind A53-Kerne, also auf jeden Fall 64-Bit-fähig und eben ein LTE-Modem an Bord. Die Taktung ist hier bei 1,5 GHz, also ganz ordentlich, wir haben außerdem 8 GB Flash-Speicher an Bord und 1 GB Arbeitsspeicher natürlich. Außerdem gibt es hier eine 5-Megapixel-Kamera auf der Rückseite mit Autofokus und einem Blitz dazu. Es dürfte hiervon auch eine Dual-SIM-Version geben, ich bin mir da gerade nicht so sicher, durchaus möglich jedenfalls, denn die Mediatek-Chips sind ja dafür bestens geeignet. Wenn man den Rückseite hier abnimmt, was ich gerade nicht machen kann aufgrund dieser Sicherung hier, dann kommt darunter ein 2300 mAh Akku zum Vorschein, was ja gerade im No-End doch ein sehr ordentlicher Wert ist und schon für eine ordentliche Laufzeit sorgen soll. Sony sagt selber, dass hiermit bis zu zwei Tage möglich sind bei relativ normaler Nutzung. Zum Display nochmal, man sieht hier, dass es ein IPS-Panel ist, also die Blickwinkel gehen soweit in Ordnung, allerdings ist die Helligkeit nicht die allerhöchste. Wir sind hier in einem sehr, sehr gut ausgeleuchteten Bereich und man sieht so ein bisschen, dass das Gerät ein bisschen Schwierigkeiten hat, da nachzukommen. Das könnte also im Freien nicht ganz optimal ablesbar sein. Ich gucke noch mal ganz kurz auf mein Cheap-Sheet, was ich hier habe und werde euch dann sagen, dass hier definitiv ein Micro-SD-Karten-Sort verbaut ist. Außerdem haben wir eine 2-Megapixel-Kamera auf der Front. Hier sitzt dann auch noch eine kleine grüne Notification-LED und daneben natürlich die üblichen Sensoren für Helligkeit und Abstand. Ansonsten, wie gesagt, LTE-Unterstützung ist geboten und wir gucken ganz kurz einfach mal rum. Und da haben wir hier so ein bisschen kurioses Platzierung der Tasten. Also für meine großen Hände ist das 4,7 Zoll große Gerät hier jetzt nicht so ganz optimal geeignet, würde ich jetzt sagen, denn der Ein- und Ausschalter sitzt hier sehr, sehr mittig oder fast in der Mitte des Geräts. Und ja, da muss man sich erst dran gewöhnen, gerade wenn man große Hände hat. Andererseits kommt das natürlich Leuten entgegen, die eben nicht solche Pranken haben. Hier unten drunter unter dem Ein- und Ausschalter sitzt dann auch die Lautstärkewippe, was ja definitiv dann ein sehr, sehr ungewöhnliches Placement ist sozusagen. Man kann die Rückseite wie gesagt abnehmen und die ganze Sache macht eigentlich einen sehr wertigen Eindruck, würde ich jetzt persönlich sagen. Hier läuft noch Android 444 drauf, also KitKat. Es hat kein Update auf Lollipop gegeben bisher, sodass man durchaus hoffen muss, dass Sony darin noch investiert. Wir können ja hier einfach mal kurz nachgucken und gehen ins Rautfone und dann haben wir hier eben die 444 stehen mit der angepassten Oberfläche von Sony, die durchaus einen guten Eindruck macht. Aber ja, auch ein bisschen zu verspielt wirkt vielleicht für manchen Kunden. Das war ein kurzer Blick auf das Sony Xperia E4G auf dem Mobile World Congress 2015. Mobile Geeks Coverage of MWC 2015 is powered by ASUS.